Das sind nicht 4000 Abonnenten, nie im Leben, kleiner Zocki. Hast du eine Ahnung, Mr. Karotte, und ob das 4000 Abonnenten sind? Und ich hab sogar einen kleinen Beweis mitgebracht. Vor wenigen Tagen, genauer gesagt passend zum letzten und täglich grüßt der Postmann Mystery Unboxing, haben wir es tatsächlich geschafft und die 4000 Abonnenten Schallmauer durchbrochen. Und deswegen möchte ich diese Stelle nützen, um mich noch einmal bei euch allen recht herzlich zu bedanken. Weil ganz ehrlich, ohne dich, nämlich du, der jetzt gerade in dieser Sekunde dieses Video schaut und zum 37. Mal zusieht, wie die DVD zu Chan Singh die Faust im Genick umfällt, ohne dich wäre das nicht möglich. Ohne dein Abo hätte ich tatsächlich immer noch nur 3999. So lang, bis halt der nächste Mitleid hätte und sich gedacht hat, boah, den Vierer mach mal weg. Nein, ganz im Ernst, Playzocker Reviews ist jetzt seit März 2011 hier auf YouTube vertreten und es macht mir mittlerweile nicht mehr nur so viel Spaß wie am ersten Tag, sondern noch viel mehr. Und das ist tatsächlich ausschließlich euch zu verdanken. Ich bedanke mich bei allen, die die Videos schauen, damit Spaß haben, die kommentieren, die die Videos teilen, natürlich auch diejenigen, die in den letzten Wochen und Monaten den Kanal mit einer kleinen Spende, sei es über Paypal an playzocker at gmail.com, sei es über den Superchat-Button hier auf YouTube unterstützt haben. Vielen, vielen Dank. Aber ich möchte die Chance jetzt ehrlich gesagt eigentlich gar nicht nur dazu nutzen, um zu betteln. Nein, wir sind ja hier mit einer Aufgabe. Es ist nämlich Sonntag. Es ist nämlich 17 Uhr. Und was jetzt kommt, wisst ihr sicher alle. Nein, es ist nicht die Tool Time. Es ist das allwöchentliche Sammlungsupdate hier auf Playzocker Reviews. Und das ist verhältnismäßig diese Woche eigentlich recht mager ausgefallen. Aber trotzdem gibt es meiner Meinung nach ein paar interessante Stücke. Übrigens für alle, weil mich in der letzten Woche auch der ein oder andere gefragt hat, nach einer der wahrscheinlich genialsten Veröffentlichungen des Jahres 2019, nämlich der großartigen Puppet Master Trunk Edition von Wicked Vision. Ja, die ist natürlich auch unterwegs zu mir, aber hat mich momentan noch nicht erreicht. Da fällt mir übrigens gerade ein, wie ich vorher gerade mein Handy hervorgeholt habe, um euch die magische Abonnentenzahl zu zeigen, fand ich hier dann die Werbung für Gratis-Kartenlektüre. Das finde ich natürlich total spannend. Ja, habe ich nämlich durch eine E-Mail erfahren, dass meine Trunk Edition mit DHL verschickt wurde. Das heißt, da würde ich tatsächlich gerne die Tarot-Karten befragen, ob bzw. wann oder in welchem Zustand mich dieses Paket erreichen wird. Und ganz ehrlich, ich vertraue den Tarot-Karten mehr als DHL. Und Tarot-Karten sind fucking Bullshit. Aber egal, lassen wir das Thema. Ich lasse mich einfach eines Besseren belehren. Jedenfalls stelle ich meine Lautsprecher schon einmal wieder dezent einen Grad hinab und freue mich auf nie wieder DHL Kapitel 2. Oder wer weiß, vielleicht werde ich ja absolut positiv von einer pünktlichen und unbeschädigten Lieferung überrascht. Würde mich jedenfalls gleichermaßen freuen wie überraschend. Ich habe euch im letzten Sammlungsupdate übrigens noch ein paar Mediabooks gezeigt und habe eigentlich versprochen, zu denen so bald wie möglich die entsprechenden Blu-ray-Checks zu machen, nämlich eben die beiden Kickboxer-Mediabooks bzw. die beiden Shootfighter-Mediabooks. Ich muss tatsächlich jetzt irgendwie dazu übergehen, mir jede Woche mindestens eine fette Box zu kaufen. Dann habe ich im Sammlungsupdate nicht die großen Schwierigkeiten, dass die Sachen nicht stehen bleiben wollen. Yikes! Diese Teile habe ich selbstverständlich nicht vergessen. Es war aber tatsächlich im Laufe der vergangenen Woche nicht möglich, hier die entsprechenden Blu-ray-Checks zu machen. Deswegen kommen die gleich Anfang nächster Woche, Montag und Dienstag sind die dran. Ab Mittwoch kümmere ich mich dann um die neuen Titel, die ich hier als Rezensionsmuster bekommen habe. An der Stelle einen riesigen fetten Dank wieder an WGF bzw. Mr. Banker Films, die mich hier unterstützt haben, nämlich eben einerseits mit der, muss man schon sagen, flüchtigen Asia Line Edition Nummer 22. Ich werde dieses Update jetzt etwas umbauen, weil überraschenderweise nervt mich das. Mit der Nummer 22, Jensing, die Faust im Genick. Den muss ich mir noch anschauen. Ich habe es tatsächlich geschafft, obwohl ich dieses Sammlungsupdate erst wenige Stunden nach dem Livestream, ich gestehe es, am Freitag jetzt tatsächlich Filme, habe ich es schon geschafft, weil das Wetter war urschön, mich irgendwo hin zu chillen und mir diese zwei Filme schon einmal recht flott anzuschauen. Feuerheit und Brandzeichen der Hölle. Zwei Titel, die mich eigentlich wirklich durchaus unterhalten haben. Vor allem die Ankertfassung von Brandzeichen ist natürlich auch was Feines, aber Feuerheit ist wirklich ein unglaubliches Trash-Meisterwerk schon fast. Freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr dann auch nächste Woche reinschaut für die jeweiligen DVD-Checks. Bevor ich die allerdings mache, steht mir noch etwas Recherche ins Haus, was es mit diesen Titeln so alles auf sich hat. Also, auch in der nächsten Woche erwartet euch ein umfangreiches Review-Paket mit den nächsten DVD- und Blu-Ray-Checks dann eben hier im Überblick. Würde mich da auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder reinschaltet. Aber für jetzt habe ich dann etwas ganz Besonderes für euch. Früher war alles besser. Ja, sogar die Zukunft, beziehungsweise alleine die Tatsache, dass es früher noch tatsächlich die Erwachsenen waren, die den Kindern gesagt haben, wie sie ihr Leben zu leben haben, um sich im besten Fall nicht die legste Klippe runterzustürzen. Aber egal. Um das geht's gar nicht. Es geht einfach darum, dass für mich die gute alte Zeit der Videospiele teilweise irgendwie schon lange vorbei ist, wo wir mehr oder weniger nur mehr Shoot the Cool Gun 8 bis 58 haben und den 773.000. Aufguss derselben alten Open-World-Formel. Aber glücklicherweise ist im Gegensatz zur Filmindustrie bei der Spieleindustrie der Begriff Remake noch nicht verschrien. Nein, da gibt's ja tatsächlich Leute, die sich wirklich Mühe geben. Und deswegen freue ich mich tatsächlich auf meiner Playstation 4 einige Klassiker vergangener Tage neu zu erleben. Und nein, übrigens mit Remake meine ich nicht zum Beispiel das, was Square Enix teilweise gerne macht und einfach irgendwelche lieblos aufgeputschten, hochgerechneten Pixel-Grafik-Verschnitte auf eine Playstation 4 zu rotzen. Nein, ich rede schon von den Dingen, die einem Crash, einem Spyro und jetzt einem Sir Daniel Fortescue passiert sind. Ja, Spyro the Dragon war für mich das allererste Spiel, das ich wirklich ausgiebigst auf der PS1 gezockt habe als Kind, wo ich vor allem den ersten Level rauf und runter gespielt habe, bis ich ihn auswendig konnte. Lag übrigens nicht irgendwie daran, dass mir der Level per se so toll gefallen hat. Nein, meine Eltern haben nur vergessen, mir eine Memory Card für die Playstation zu kaufen und ich musste jeden Tag wieder von vorne anfangen. Als ich Medieval dann bekommen habe, wusste ich da schon etwas mehr Bescheid und konnte in dem Spiel ordnungsgemäß voranschreiten. Aber ganz im Ernst, bevor wir uns jetzt das Remake für die Playstation 4 anschauen, habe ich euch tatsächlich noch etwas mitgebracht. Ja, ich habe mein altes Medieval für die Playstation 1 noch und habe mir gedacht, ich werfe das einfach einmal in dieses Unboxing als klitzekleinen Bonus, um alleine einmal noch einmal zu demonstrieren, wie damals einerseits die Games ausgesehen haben, werft doch einen Blick auf diese kleinen Ausschnitte, das war damals die gute Grafik, beziehungsweise eben auf diese Platinum-Auflage war es damals noch, wo man auf der Disc offensichtlich vergessen hat, dass man das Wort Medieval vielleicht groß hätte schreiben sollen. Ihr wisst schon, die Zeit, wo Spiele noch mit Booklets ausgeliefert wurden, ja gut, manche davon waren halt nur schwarz-weiß, aber sie waren da, sie waren gemacht und das Ganze hatte zumindest irgendetwas zum Blättern. Einfach wenn man vor Frust nach dem 737.000 Bildschirmtod aufs Klo geht und sich dort verkriecht, konnte man noch einmal die Steuerung lesen mit zittrigen Fingern. Außerdem hat man damals sogar bei der Platinum-Auflage, das finde ich ganz cool, einen Überblick über die Levels mit dazu bekommen, wo man mehr oder weniger den kompletten Aufbau des Spiels sieht. Und ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass das jetzt im Remake dann auch genau das Gleiche ist. Und auf der Rückseite dann, another time, another place, ein etwas skurriles Poster für Medieval 2. Oh, apropos Medieval 2, da habe ich euch noch was mitgebracht als kleinen Bonus. Auch ein kurzer Blick vielleicht auf das Package von Medieval 2, das nämlich genauer gesagt, ich glaube ein oder zwei, zwei Jahre nach dem ersten Teil dann veröffentlicht wurde, ebenfalls für die PS1, in meinem Fall sogar die richtige Auflage mit der richtigen Disc. Ich habe tatsächlich ganz am Anfang, als ich begonnen habe, die PS, also mit den PS1 Games, habe ich noch tatsächlich total diese Platinum-Auflagen gefeiert, alleine wegen diesen Discs. Und weil ich immer schon so ein bisschen ein Monk war, und man tatsächlich, wenn man genau geschaut hat, anhand der Oberseite von der Disc sehen konnte, wie weit die CD quasi bespielt ist, das ist, man sieht es auf dem Video nicht, ich habe es vorher ausprobiert, ungefähr eine Fingerbreite weg vom äußeren Rand beim ersten Medieval. Also ganz voll war die CD damals nicht, aber irgendwie hatten diese Auflagen für mich irgendwie irgendwas. Irgendwie fand ich das toll, bis ich dann allerdings spätestens bei der PS3 dazu übergegangen wurde, bin gar keine Platin-Versionen mehr zu kaufen, sondern eben nur mehr die Ausgangs-Versionen. Man merkt vielleicht, man hat bemerkt, dass man vielleicht seine Zocker beim zweiten Teil noch etwas mehr aufs Klo schicken wollte, damit sie hier ein bisschen mehr Text zum Auswendiglernen haben. Aber nein, das ist natürlich nicht alles das deutsche Booklet, sondern es ist in mehreren Sprachen, aber trotzdem nur in drei Sprachen. Das heißt, man konnte mehr oder weniger gleichzeitig seinen Frust auf das Spiel abbauen, seinen Darm entleeren und andere europäische Sprachen lernen. Da merkt man, wie sehr den Spieleentwicklern früher noch die Bildung ihrer Zocker am Herzen lag. Und nicht nur die Tatsache, dass sie mit grauslich zusammengestauchten Bildern irgendwie furchtbar gestaltete Booklets abgeliefert haben. Nein, das ist eigentlich eine recht coole Sache, aber gar nicht der Grund, dass wir uns heute hier zusammengefunden haben. Hier geht es um das PS4 Remake. Und das ist jetzt erschienen, kostet standardmäßig 29,99 und das so, wie es eigentlich üblich ist, egal ob man mehr oder weniger für sein Geld nichts bekommt und sich das Ganze im Playstation Store digital runterlädt, wo man dann ein bisschen Datenmüll runterladen und installieren darf und das dann wieder löschen kann. Und es bleibt einfach nichts zurück. Oder aber man kauft sich einfach nur die normale Version von dem Spiel im Keep Case. Egal wo, sollte sie ebenfalls dasselbe kosten. Oder aber man hat es bei Amazon bestellt. Da hat man zusätzlich zur normalen Gamedisc auch noch ein Steelbook bekommen. Das ist die Amazon-exklusive Super Sonder Edition. Aber mit der habe ich jetzt ehrlich gesagt ein Problem, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist eine Veröffentlichung nur eine Veröffentlichung, wenn sie eine gemeinsame Verpackung hat. Im Fall von MediEvo hat man tatsächlich einfach die verschweißte PS4-Copy noch einmal in Plastik eingewickelt und das Steelbook dazu verschweißt. Einen gemeinsamen Schuber oder sonst irgendwas, eine Kiste, eine Box, ein sonst was gibt es nicht. Demnach ist das für mich jetzt eigentlich nicht wirklich eine V-Öl, so wie ich das definieren würde. Für mich ist das Steelbook einfach nur eine Beigabe und das ist eigentlich nichts, was ich als Sammler irgendwie brauchen kann. Weil irgendwie sind diese Dinge für mich zu sehr getrennt. Da gibt es nichts, was sie wirklich miteinander verbindet, sobald man sie einmal ausgepackt hat. Aber da könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben, wie ihr dazu seht. Immerhin ist es ja mittlerweile eigentlich schon fast ein Industriestandard geworden, dass man Steelbooks einfach nur als Vorbestellerbonus irgendwo mit dazu bekommt. Aber eben ohne irgendeinen Schuber, eine Box oder sonst irgendein Goodie, was das Ganze dann eben wirklich mit dem Hauptspiel verbindet. Vor allem, wenn man offensichtlich das Verschweißgerät, mit dem man diese beiden Teile dann verbunden hat, etwas zu heiß eingestellt hat und sich bei der Hülle von der Playstation 4 Version des Spiels dann einfach hier vorne das Cover beginnt aufzubäumen. Das ist jetzt auch nicht sonderlich professionell. Naja, wir bekommen das Cover-Artwork hier. Noch einmal der schnelle Vergleich zwischen dem neuen und dem alten Sir Daniel Fortes Kuhmann. Man merkt ja tatsächlich alleine beim Vergleich der Cover-Artworks, dass seine Rüstung doch tatsächlich an einige Details dazu gewonnen hat. Sein Gesicht natürlich detailarm wie immer, aber so gehört es sich ja auch. Und ich muss echt sagen, für mich war das einer der ersten wirklich coolen, kultigen Videospielhelden, die ich in meiner Jugend entdeckt habe. Ein wirklich cooles Cover-Artwork hier auf dem PS4 Keepcase, wo ich es einzig und allein schade finde, dass es natürlich kein Wendecover ohne das riesige, fette, zu hoch platzierte USK-Logo gibt. Auf dem Spine geht lustigerweise sogar das Frontcover-Design weiter. Ein sehr, sehr schickes, durchgehendes Motiv vom Frontcover über den Spine auf das Backcover. Passend gestaltet ihm dann hier noch eine kurze Beschreibung zum Spiel mit Informationen wie beispielsweise, dass das Spiel mindestens 25 GB auf der Playstation verschlingt. Also räumt schon mal ein bisschen die Platte frei. Außerdem, das Einzige, was ich tatsächlich recht cool finde, ist, sie haben zwar auf ein Booklet verzichtet, aber zumindest die Steuerung ist hier auf einen Zettel gedruckt. Mit Werbung für den Playstation Store. Aber sonst ist die Hülle halt unspektakulär. Bleibt uns nur mit einem Blick auf das Stilbuch. Und das macht auf den ersten Blick meiner Meinung nach einiges richtig, einiges falsch. Beispielsweise, warum dieser riesige, fette PS4-Slogan hier oben drauf sein muss. Ist mir nämlich tatsächlich absolut schleierhaft. Weil entweder ich weiß es, oder es ist mir vollkommen egal, dass Medieval exklusiv für die PS4 erscheint. Es gibt kein anderes System, wo man dieses Spiel zocken kann. Das heißt, das ist absolut unnötig. Hier vor allem noch dazu in dieser Größe darauf hinzuweisen, dass es die PS4-Version ist. Niemand wird Medieval für die PS4 in irgendeinem Regal mit Medieval für den Nintendo Switch verwechseln. Wobei, warte mal, das Spiel ist aus 1998. Nein, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis das dann auch für die Switch erscheint. Egal. Wir bekommen hier ein Stilbuch, das grundsätzlich dasselbe Motiv von Daniel Fortescue bietet, wie auch das Keep Case. Nur halt mit dem Unterschied, dass wir Fortescue zwar ein bisschen vergrößert und anders platziert sind, dafür allerdings die gesamte Action im Background und die ganzen anderen Charaktere weitestgehend weggelassen wurden. Der Titelschriftzug ist anders platziert und wurde zudem hier ein bisschen nach unten geprägt. Außerdem sehen wir, dass sowohl Fortescue als auch der Grabstein, wo er seinen Fuß drauf hat, mit Partial Gloss versehen wurde. Aber, was wir auch sehr deutlich sehen, wenn wir das Stilbuch bewegen, dass der Druck eigentlich ein bisschen mau ausgefallen ist. Die Farben vermissen Brillanz. Das Ganze bietet jetzt nicht unbedingt einen schönen, gut ansehnlichen Metallic Flair, sondern macht ein bisschen einen flachen und unspektakulären Eindruck. Da gefällt mir ehrlich gesagt Fortescue von allem, was uns auf dem Cover geboten wird, noch am besten. Auch hier kann man sagen, dass sich das Cover-Artwork über das ganze Stilbuch erstreckt. Man sieht es vor allem recht schön hier bei der Wolke oder den Chemtrails, die mehr oder weniger aus Daniel Fortescue's Knie sich fortpflanzen. Wobei hier auch irgendwie recht schön auffällt, dass man hier einzelne Elemente vom Frontcover auch verwendet hat. Mehr oder weniger den Hintergrund aus dem Frontcover ein bisschen erweitert, ein bisschen adaptiert auf das Backcover. Macht aber einen sehr guten Eindruck. Gerade bei diesen matten und unspektakulären Lila, finde ich, fällt diese nicht besonders brillante Farbdarstellung von dem Stilbuch doch auf. Aber ich möchte es jetzt tatsächlich nicht einfach nur vernichten. Vor allem das Grün gefällt mir dafür recht gut. Es ist jetzt im Endeffekt kein besonders spektakuläres und kein besonders großartiges Stil. Aber hässlich ist es bei weitem auch nicht. Drinnen wartet dann noch einmal der Titelschriftzug für alle, die ein Medieval-Stilbuch aufmachen, ohne zu wissen, welcher Titel da drinnen ist. Aber gut, wir haben ja auch ein Stilbuch, das nur für die PS4 erscheint, wo PS4 richtig fett draufstehen muss. Und das ist eben jetzt genau das Problem, was ich nämlich immer habe mit diesen Editionen. Weil man hat zwei Hüllen. Man hat die Plastikhülle, man hat das Stilbuch. Man hat aber nur eine Game-Disc. Wo bewahre ich die jetzt auf? In jedem Fall hat man nachher eine leere Hülle. Und leere Hüllen sich ins Regal stellen, ist ehrlich gesagt nicht das, was ich als Sammler ehrlich gesagt wirklich möchte. Und da beginnt für mich eben das Problem in erster Linie mit diesen Gratis-Stilbuch-Beigaben. Die sind einfach ein absolut unnötiger Ballast. Am liebsten hätte ich es gehabt, wenn einfach nur das Stilbuch erscheint, mit vielleicht irgendeinem Cover-Text auf so einem, ja, soll es ein Pappschuber oder ein Plastikschuber, oder einfach irgend so ein Drum sein, dass da um dieses Stilbuch herum ist. Und das ist es, was man kriegt als Stilbuch-Version. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum, wenn ich mir das Spiel als Stilbuch-Version bestelle, ich das überhaupt brauche. Aber das ist offensichtlich einfach nur das Gimmick der Spiele-Industrie, um hier möglichst mit wenig Aufwand und mit möglichst wenig Bemühen, einfach irgendwie eine sogenannte Special Edition aus dem Hut zaubern zu können. Anyways, wir machen weiter drinnen. Da sehen wir, finde ich, nochmal ein recht cooles Bild von Daniel Fortescue mit eigentlich denselben Elementen, dem selben grünen Ding, dem selben Mond, mit genau denselben hineinkopierten Fledermäusen. Habt ihr echt gehabt, das sieht niemand. Und eben auch dem selben etwas unspannenden lila Hintergrund. Ja, du bist keine Schönheit, aber ich werde dich definitiv trotzdem in der Sammlung behalten. Immerhin ist das Teil zum Release des Spiels ausverkauft. Wer weiß, vielleicht gewinnt es noch einmal den Sammlerwert. Aber als wirklich spektakuläre Sammler-Edition kann man es nicht bezeichnen. Wobei ich natürlich auch nicht unerwähnt lassen darf, dass bei Amazon die Version mit Steelbook nicht einen einzigen Cent mehr gekostet hat, als die Version ohne Steelbook sonst auch überall. Also in dem Sinne kann man tatsächlich, und man hat es wahrscheinlich vor allem die, die mich kennen, an meinem Eskalationsquotienten erkannt, dass ich es zwar nicht besonders toll finde, aber mich auch nicht wirklich drüber ärgern kann oder darf, dass ich bei dieser Edition bei Amazon einfach ein Steelbook geschenkt bekomme. Auch wenn es besser gegangen wäre. Upstream Color Upstream Color Das ist so ehrlich gesagt das Einzige, was ich irgendwie von diesem Frontcover-Artwork zu The Dead Center von Arrow Video entnehmen kann. Ja, wir haben Shane Carruth in der Hauptrolle, den Creator of Primer and Upstream Color. Außerdem hat der Typ offensichtlich tatsächlich das Problem einer Frisur, die sich schon ein bisschen ins Innere seines Kopfes durchgebohrt hat und wo womöglich nach einer Teilung in bester Kommando US Navy Seals 2 Manier nicht unbedingt nur sauberes Venom-Material übrig bleibt. Aber The Dead Center ist einer der neuen aktuellen Titel, die uns von Arrow Video serviert werden. Ein smarter Supernatural Thriller, der die Dämonen, die in uns allen leben, erforscht. Vom Autor und Regisseur Billy Sennese... Ja, es fällt wahrscheinlich auf, dass ich das gerade nur vorgelesen habe, oder? Wie meistens, wenn ich hier einfach nur DVD-Hüllen auspacke oder Blu-ray-Hüllen, dann habe ich den entsprechenden Film noch nicht gesehen. Gebe euch aber gerne mal schnell eine Möglichkeit, die Inhaltsangabe des Titels zu lesen. Es ist ja meiner Meinung nach eigentlich in erster Linie schade, dass Arrow Video nicht nur alte Klassiker veröffentlicht. Aber trotzdem haben sie bei den neueren Titeln in der letzten Zeit von Dave Made Amaze über Ghostland bis hin zu vielen anderen Titeln eigentlich immer ein recht gutes Gespür gehabt. Vor allem finde ich dieses Artwork, auch irgendwie dieses abgerissene Papier, noch deutlich spannender und interessanter als das, was wir, sagen wir jetzt eigentlich einmal, als Hauptartwork von Arrow Video hier serviert bekommen. Immerhin ist es nicht nur auf dem Frontcover, auf der Disc und auf dem Booklet, aber wir bekommen zumindest ein alternatives Artwork, wo dann auch noch die anderen Elemente von diesem Keep Case angepasst wurden. Ein weiterer Blick in das Booklet, das gibt es diesmal wieder mit etwas dünnerem Umfang, wenn wir gleich sehen, ah nein, zumindest, also bei Arrow Video zählt ein 24-seitiges Booklet schon als dünnes Booklet, da können sich bei uns einige Labels wirklich eine Scheibe abschneiden. Aber alleine aufgrund der Screenshots und Filmbilder in dem Film wirkt das tatsächlich echt interessant und ich glaube, ich werde mich bemühen, dieses Teil möglichst bald rotieren zu lassen. Wirkt auf jeden Fall wie ein durchaus interessanter Titel von Arrow Video. Who are you gonna call? Man in Black! Oder sowas in der Art. Ich frage mich ehrlich gesagt gerade, welches Franchise Sony Pictures momentan vehementer in den Sand setzen möchten. Hat man bereits bei Man in Black 3 die Vermutung gehabt, wir haben den absoluten Tiefpunkt erreicht, was man mit einem kultigen Science-Fiction-Franchise anfangen kann, kam dann 2016 der neue Ghostbusters-Film, nur damit Sony dann noch MIB International mit mäßigem Erfolg in die Kinos schlatzt und jetzt dann auch noch einen weiteren Ghostbusters abliefert, bei dem ich ehrlich gesagt auch nicht sonderlich große Hoffnungen habe. Anyways, wir bekommen aber Man in Black International trotzdem als limitierte Steelbook-Edition. So eine Sammler-Ausgabe ist ja trotzdem, finde ich, auch für einen aktuellen Kinofilm immer so eine gewisse Art Ritterschlag, so ein bisschen das letzte Aufbäumen der Filmstudios, dass sie meinen, irgendwie ist es schon noch was Tolles. Aber ja, wer glaubt, dass man aufgrund der Verpackung einen Rückschluss auf die Qualität des enthaltenen Films ziehen kann, der ist auf diesem Kanal hier definitiv richtig gelandet, um ein blaues, blaues Wunder zu erleben. Apropos blaues Wunder, ich habe mir dieses Steelbook zu MIB International vorbestellt bei Amazon, weil es meiner Meinung nach das einzige Steelbook war, das es zu MIB International gab. Immerhin war es das einzige, das Amazon zu diesem Film gelistet hat. Aber blöderweise habe ich erst nach dem Release des Films festgestellt, dass es bei Mediamarkt und Saturn offensichtlich auch ein exklusives Steelbook gibt, das aber nicht nur die Standard Blu-Ray, sondern auch noch die 4K UHD Blu-Ray enthält und das außerdem noch ein ziemlich cooles, gezeichnetes, popartiges Cover-Artwerk bietet, das meiner Meinung nach auch ziemlich schön zu der MIB 1-3 Trilogy als 4K UHD Pop-Art Steelbook passt. Aber davon wusste man irgendwie nichts, weil es war in keiner offiziellen Ankündigung wirklich eine Rede davon und selbstverständlich, wie die meisten Mediamarkt- und Saturn-exklusiven Sachen war das Mediamarkt-Saturn Deutschland exklusiv und bei dem einen Saturn, wo ich in Österreich zumindest ansatzweise danach gesucht habe, war nicht einmal ansatzweise die Rede davon. Dafür, diese Abscheulichkeit an Steelbook hatten sie dort. Ich werde mir das Teil jetzt einmal näher anschauen, aber bevor wir das können, müssen wir uns zuerst einmal von diesem Cover-Flyer, von dieser J-Card trennen, wo wir hier oben einmal den Filmtitel und das FSK-Logo bekommen. Ist ja natürlich total wichtig, dass wir den Filmtitel da auch noch einmal serviert bekommen, für diejenigen, die ihn beim ersten Mal überlesen haben. Endlich sind sie wieder da! Ist ein Satz, mit dem man wahrscheinlich keinen einzigen Filmkritiker zitieren kann. Aber man muss ja tatsächlich sagen, Chris Hemsworth und Tessa Thompson, man könnte ja tatsächlich Hoffnung in den Film haben, aber nach dem, was ich bis jetzt gehört habe, muss ich mich da wahrscheinlich auf was anderes einstellen. Naja, Backcover ist eigentlich relativ einfach und unspektakulär gestaltet. Wir bekommen wie üblich eine ganz kurze Inhaltsangabe, also mit Inhaltsangabe meine ich einen Fünfzeiler, wo Sony sagt, dass es in diesem Man-in-Black-Film um die Man-in-Black geht. Außerdem die Informationen zum Bonusmaterial, technische Details, Cast-and-Crew-Informationen, blablabla. Außerdem können wir ganz einfach dieses Backcover-Blatt abmontieren, weil es ist hier oben und dann auch auf dem Frontcover mit seinem kleinen runden Klebesticker angebracht, der sich aber leicht entfernen lässt. Auf dem Frontcover bekommen wir Here come the Man in Blue Weil der Steelbook schimmert Ja, tatsächlich, irgendwie, wenn man das Ganze so ein bisschen schimmern lässt, wirken gewisse Sachen schon ein bisschen mehr bläulich als schwarz. Aber in erster Linie hat Sony das Steelbook eigentlich gar nicht einmal so schlecht hinbekommen, muss man ihnen lassen. Wir bekommen den absolut grundierten weißen Hintergrund, wenig überraschend, außerdem auch die schwarzen Anzüge komplett grundiert, was sie, finde ich, sehr, sehr schön kontrastiert von diesem Hintergrund abhebt. Aber ganz besonders gefällt mir der Kontrast hier unten, wo wir nämlich eben wirklich die schwarzen Anzüge gegenübergestellt haben, mit diesem blauen Schimmer von dem Stargate im Hintergrund, was eben durch den unterschiedlichen Lichteinfall und den Metallic-Look des Steelbooks eigentlich gar nicht einmal so schlecht hervorgehoben wurde. Das ist tatsächlich Steelbook umfassend, aber im Endeffekt muss ich trotzdem sagen, vor allem von der Hauptbetrachtungsseite ist dieses Steelbook irgendwie komisch und farblos. Es wirkt irgendwie so wie eine lieblose Aneinanderreihung von Weiß, Schwarz und Blau, ohne auch nur ansatzweise irgendwas Cooles zu bieten. Ja, die beiden möchten cool dreinschauen, aber Man in Black sind halt nun mal Tommy Lee Jones und Will Smith. Das ist, wann war das schon eine gute Idee, die Hauptdarsteller von einem erfolgreichen Franchise zu ändern? Naja, das wäre ja fast so, wie wenn ich für das nächste Sammlungsupdate den Drachenlord hier rein, warte mal, die Idee klingt irgendwie lustig. Naja, wir können einen weiteren Blick werfen über den Spine, der seinen Dienst, uns den Filmtitel zu präsentieren, sehr gut erfüllt. Okay, ich mag dieses Backcover. Ich mag dieses Backcover sehr gerne. What the fuck am I looking at? Also ganz ehrlich, wir sehen den Alien aus Mars Attacks, wir sehen Octodad, wir sehen Rambomon, wir sehen natürlich den Mops im Anzug, das ist klar, und wir sehen, was auch immer dieses Samurai-Pokémon ist. Übrigens, dieses Samurai-Pokémon in eben einer gezeichneten Pop-Art-Version ist das von mir bereits erwähnte Cover-Artwork vom 4K-UHD-Steelbook. Was ich aber wirklich geil finde, ist zum Beispiel, wie man hier bei diesem Mündungsfeuer von der Pistole diesen metallischen Steelbook-Effekt eingebaut hat, oder auch eben hier unten bei diesem Energiekern oder was auch immer das sein sollte, da könnte man, könnte man fast drüber hinwegsehen, dass sie komplett einfallslos als Hintergrund genau denselben genommen haben, wie beim Frontcover. Aber so böse kann ich Ihnen irgendwie in dem Fall gar nicht sein, es passt tatsächlich ein bisschen, aber jetzt begeistern werdet ihr mir wahrscheinlich nicht böse sein, wenn ich jetzt auch nicht den Freudentränen ausbreche, oder sowas. Drinnen die recht einfache Disc und dann aber ein ziemlich geiles Innen-Artwork. Das, das gefällt mir irgendwie tatsächlich, das hat tatsächlich irgendwie Coolness. Und dieses beiläufige Lehnen an der Wand mit der zirpenden Grille XXL7000, beziehungsweise er, der einfach nur darauf wartet, dass der Barista von Starbucks seinen Namen falsch schreibt, damit er ihm seinen pickeligen Studentenarsch mit einem Haufen Blei vollpumpen kann. Das ist irgendwie eine durchaus interessante Sache. Wir finden außerdem sogar im Hintergrund, übrigens haben wir da vielleicht sogar wieder ein paar Ähnlichkeiten mit dem Frontcover, was den Metallic-Effekt zum Beispiel betrifft, ein bisschen herausstechendes Weiß. Aber, was ich hier nicht so toll finde, ist, dass obwohl wir einen Hintergrund und einen Vordergrund haben mit der Waffe und dem Sonstigen, dass hier durch die nicht ganz tolle Abgrenzung eben im Steelbook diese Elemente ein bisschen ineinander verlaufen. Wir haben irgendwie keine Definition zwischen dem Weiß vom Hintergrund, dem Weiß vom Vordergrund, und eben auch der mit dem metallischen Steelbook unterlegte Effekt von den metallischen Waffen und dem Hintergrund, verfliegt irgendwie, abgesehen davon, dass ihre Hand hier total creepy verphotoshoppt ausschaut, oder... Bilde ich mir das nur ein? Das hier kleiner... Der Daumen ist irgendwie komplett verdreht... Nein, das soll der Finger sein, dann ist der Finger zu fett... Irgendwie, irgendwas passt da nicht. Ihr Grafik-Experten werdet mir sicher sagen können, was mich stört. Aber, auf den ersten Blick ein ganz ordentliches Innen-Artwork finde ich, was aber nicht wirklich perfekt umgesetzt ist, aber man muss tatsächlich im Endeffekt trotzdem festhalten, für einen tip-top aktuellen Kino-Blockbuster, für einen Standard-Steelbook zum Vorbestellen um unter 20 Euro, kann man sich jetzt auch nicht sonderlich beschweren, ist es akzeptabel, aber dafür, dass Sony sich eigentlich, also bis jetzt relativ oft auf sich aufmerksam machen konnte, mit wirklich tollen Steelbook-Designs, sind wir hier auch wirklich, wirklich weit entfernt. Luc Bessons Leon, der Profi, ist ein absoluter Klassiker und ein Meilenstein des anspruchsvollen Action-Kinos. Neben den interessanten Action-Szenen steht in erster Linie die Beziehung zwischen Jean Reno und Natalie Portman, in mehrerlei Hinsicht, das Wortspiel war eigentlich gar nicht so geplant, ist im Vordergrund und der Film ist einfach nur brillant inszeniert, spannend gemacht und von beiden Kandidaten absolut großartig gespielt. Eines gab es von diesem Film allerdings noch nicht, dass das Wort großartig im deutschsprachigen Raum auch nur ansatzweise verdient hätte, nämlich ein schönes Steelbook. Das, was Studiokanal bis jetzt veröffentlicht hat, beziehungsweise Arthouse bis jetzt veröffentlicht hat, war einfach, und ich versuche es so dezent zu beschreiben, wie es mir möglich ist, ungefähr so schön anzusehen, wie wenn mir ein geisteskranker Serienkiller den Augapfel mit einem Löffel rauslöffelt, nur damit dann ein Hund mit Durchfall seine Notdurft in meiner Augenhöhle verrichtet. Ja, diese Steelbooks waren hässlich. Und war das alte DVD-Steelbook nicht schon hässlich genug, hat man sich dann dazu entschlossen, Bäm, macht man selber auch Blu-Ray. Ja, glücklicherweise hat man jetzt allerdings den glorreichen Entschluss gefasst, macht mir vielleicht die 4K-Steelbooks besser. Und hat da bei Studiokanal, beziehungsweise Arthouse, eine, ich nenne es jetzt einmal Reihe geschaffen, irgendwie eine Art Pop-Art-Series, wo alle diese 4K-Blu-Ray-Steelbooks hineinpassen, beginnend eben mit Wenn die Gondeln Trauer tragen, mit Apocalypse Now, jetzt mit Leon der Profi, und es sind auch schon die nächsten Titel angekündigt, von Universal Soldier bis hin zu Red Heat, wobei ich das Red Heat-Cover absolut schrecklich finde, keine Ahnung, was Ihnen dabei eingefallen ist. Aber egal, heute geht es einmal um Leon der Profi. Und das ist wieder ein Steelbook, das in einem von diesen nach unten offenen, ähm, so fest wollte ich es gar nicht machen, äh, Quarterslips steckt außerdem auf dem Frontcover, eben nur auf dem Quarterslip, ähm, die Hinweise auf die UHD-Blu-Ray und auf den Filmtitel enthält, was natürlich ein geschickter Schachzug ist, immerhin gibt es auch eine Standard-Blu-Ray-Only-Steelbook-Neuauflage mit nicht der 4K-Disk, aber eben mit dem selben Steelbook. Wir bekommen natürlich, so wie es sein muss, den Filmtitel auf dem Spine serviert und ein handelsübliches Backcover-Motiv mit der Inhaltsangabe zum Film, mit den Informationen rund ums Bonusmaterial. Natürlich gibt es auch diesmal wieder die beiden Fassungen, den Directors Cut und die Kinofassung, die genau 23 Minuten kürzer ausgefallen ist, so wie weitere Hinweise. Aber jetzt ist es dann einmal an der Zeit, dieses Ding zu entfernen und einen Blick auf das Frontcover zu werfen, wenn ich darf. Das ist geil. Es ist richtig, richtig geil. Und das Einzige, was dieser Steelbook wirklich noch geiler macht, und das Einzige, was dieser Steelbook noch geiler machen hätte können, ist, dass man hier gut mit dem Metallic Steelbook-Effekt arbeitet. Und alleine Natalie Portmans leuchtende, wunderschöne Augen sind etwas, was diese Steelbook-Frontcover alleine schon zu einem absoluten Genuss macht. Das ist wundervoll. Das passt einerseits, finde ich, hervorragend zum Film und zu ihrem Charakter, aber es veredelt auch diese Steelbook ungemein. Und es zeigt nämlich auch, wie sehr man sich hier in der Grafikabteilung von Arthouse Gedanken gemacht hat, weil es gibt nicht viel auf diesem Carver-Artwork, das den metallischen Steelbook-Effekt durchlässt. Wir haben Portmans Augen, wir haben hier mehr oder weniger den einfärbigen Hintergrund, frei nach den klassischen Pop-Art-Steelbooks, und wir haben hier Leons Sonnenbrille, auch ein Element, wo das passt bei den reflektierenden Gläsern. Der Rest ist allerdings grundiert matt und lässt keinen Steelbook-Effekt durch. Und das ist wirklich absolut perfekt durchdacht. Das ist absolut großartig und wirklich, wirklich wunderschön. Auf dem Backcover hat es jemand für notwendig befunden, eine Topfpflanze zu verewigen. Ewig nicht weiß ich. Vielleicht liegt es einfach daran, dass es schon mindestens zehn Jahre her ist, dass ich Leon der Profi das letzte Mal gesehen habe. Aber an eine Topfpflanze kann ich mich jetzt nicht sonderlich erinnern. Ich kann mich auch ehrlich gesagt an keinen einzigen Fall erinnern, wo ich so ein einfaches Backcover-Artwork nicht absolut lieblos, hässlich und dahingefurzt gefunden habe. Das ist wirklich gar nichts. Und vor allem, das im krassen Gegensatz. Das ist irgendwie so, wenn ich mal vorne wirklich Mühe gebe, vielleicht merkt es dann keiner. Doch, wir merken es. Drinnen wartet dann auf der einen Seite, interessanterweise bei Studiokanal meistens üblich, nicht eine Seite mit beiden Discs zu belegen, sondern beide Discs eben auf den verschiedenen Seiten. Hier die Blu-ray mit beiden Fassungen und auf der anderen Seite die 4K UHD Blu-ray, ebenfalls mit beiden Fassungen. Und das Innen-Artwork, das wieder... Es ist, wenn man jetzt nicht alles täuscht, ein anderes Motiv als beim alten Stilbuch, aber sie machen einfach immer denselben Fehler. Warum muss das in diesem üblichen, schwachen, matten, schwarz-weiß sein? Warum konnte nicht einfach dasselbe Bild als Innen-Artwork für das Stilbuch genommen werden in Farbe? Oder wenn sie es ansatzweise passend zum Film finden, dass es in schwarz ist, zumindest weiß grundiert, dass man es besser erkennen kann. Es ist jetzt wirklich nicht das Schlimmste. Ich hatte da schon deutlich wildere Kandidaten, wo man einfach gar nicht mehr erkennen hat können, was es eigentlich für ein Bild sein sollte. So org ist es da nicht. Aber von schön sind wir auch weit, weit entfernt. Zumindest kann man sich da im Inneren ein bisschen mit dem schönen Metallic-Effekt spielen. Das ist zumindest auch was. Aber man braucht sich jetzt tatsächlich von mir an dieser Stelle keinerlei, wie immer geartete, Begeisterungsströme und oder Äußerungen erwarten. So etwas finde ich eigentlich immer ein bisschen enttäuschend, wenn man nämlich ein großartiges Frontcover hat und das dann mit einem lieblosen Back- und Innen-Design eigentlich ziemlich verheizt und ziemlich verhunzt, dann finde ich das fast noch schlimmer und noch mehr schade, als wenn das Frontcover nicht ganz so schön gewesen wäre. Und damit sind wir für heute dann auch schon am Ende des Sammlungs-Updates angekommen. Ja, so viel war dann doch gar nicht los vergangene Woche in meinem Briefkasten. Wir hatten eben nur zwei neue Blu-Ray-Steelbooks. Ich bemühe mich übrigens tatsächlich wirklich in der nächsten Zeit vielleicht wieder auch ein paar Film-Reviews mehr machen zu können und vielleicht tatsächlich in absehbarer Zeit zumindest zu MIB International ein Review zu posten. Genauso Terminator Dark Fate muss natürlich ein Review hier auf meinem Kanal sein, aber das ist ja glücklicherweise schon online seit gestern. Würde mich sehr, sehr interessieren, was ihr von dem Film beziehungsweise von meinem Review dazu haltet. Wenn ich die Zeit finde, mache ich bei Maddie Ivo auch auf jeden Fall wieder einen Livestream, während ich mir da die Platin-Trophy hole. Glücklicherweise auch wieder ein Spiel, wo das relativ gemütlich und einfach möglich ist. Ansonsten sage ich auch diesen Sonntag wieder vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Heute nicht ganz so lang wie üblich, aber trotzdem finde ich, hat es Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wünsche euch noch einen wunderschönen Restsonntag. Eine wunderschöne nächste Woche feiert brav Halloween. Das ist wirklich das Wichtige in der kommenden Woche, aber ihr könnt euch auf jeden Fall zumindest von Montag bis Freitag jeden Tag auf einen neuen Blu-Ray beziehungsweise DVD-Check hier auf Playtoker Reviews freuen, beziehungsweise auf mindestens einen freuen. Immerhin sind zahlreiche andere Rezensionsmuster unter anderem von 8 Films auch noch unterwegs zu mir, die ich euch dann natürlich ebenfalls zeitnah vorstellen möchte, aber irgendwann einmal muss ich dann auch noch die anderen Filme schauen, ein paar Trophäen machen, zocken und so weiter. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie ich meine nächsten Tage dann organisiere, aber hier auf Playtoker Reviews auf YouTube könnt ihr dem folgen, wenn ihr möchtet und könnt meinen Wahnsinn ein bisschen begleiten. Würde mich sehr freuen, euch wieder einmal hier zu sehen. Falls euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden oder mit ebenfalls gleichermaßen wahnsinnigen Sammlerkollegen. Allerspätestens würde ich mich freuen, wenn wir uns in exakt einer Woche genau am Sonntag, genau am 17 Uhr, um 17 Uhr wieder hier auf YouTube versammeln, zur nächsten Ausgabe vom Sammlungsupdate und wer weiß, was ich da dann Schönes für euch habe, vielleicht ja sogar schon einen Puppetmaster Trunk. Aber er kommt mit DHLS ich wirke jetzt nicht so hoffnungsvoll. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Vielen Dank.